und heute gibt es spiele niemals am ostern um drei uhr nachts mr hobbs playhouse 2 und ja da geht es um hasen und das passt perfekt zum oster deswegen dachte ich dass wir ein challenge daraus ich bin jetzt in den spiel drin hier geht es um ein mädchen die im kinderheim wohnt und dann sieht sie immer dasselbe traum von einem hasen und ja dieser hase macht sie angst wir müssen aufgaben ein bisschen leid sein damit uns keiner erwischt und jetzt fangen wir an zu spielen was ist hier das können wir da reingehen aha wir können reingehen okay dann schaue ich mal hier nach ob ich was finden kann nee okay dann gehen wir halt wieder raus und man kann sich hier verstecken wirklich aha wie geil dann immer wenn dieses mister belief auch wieder auch heißt kommt verstecke ich mich okay hier muss man ein anscheinend trennen hat mich verletzt nein warum kann man hier nicht rennen einfach normal geht das mit dem rennen nicht okay war das ist eine münze oder kalt nein ich glaube münze ja eine die münze habe ich ja wie lange muss ich es noch gehen was überhaupt meine aufgabe warte was ist denn aha jetzt bin ich umsonst gegangen egal ich gehe jetzt wieder zurück was ist meine aufgabe hier ich gehe nur hier so rum guck was in den räumen und so ist okay dann gehe ich wieder mal runter okay schon wieder das leute guck mal da oben mein herz ich sterbe gleich ich darf mich nicht mehr verletzen okay dann müssen wir entscheiden noch eins runter okay es geht noch eins runter wo es jetzt nicht wie groß ist dann dieser kinder ja was gibt es einfach nichts nur so zum gehen was ist das jetzt versuchen zu schlafen okay so als ein traum aha okay okay sie hat nur geträumt okay you woke us all up again did you have a bad dream again esther it's not just a bad dream isaac it's the same dream over and over again maybe it means something maybe it means you're going crazy i am not crazy money here you are kids more things for you to make a mess with new toys you Ich fühle mich, dass ich das schon gesehen habe. Das sind ziemlich schrecklich. Nein, das sind nicht. Das sind sehr schön. Ich werde sie mir sagen, Frau Bowe. Ich werde sie mir sagen, Frau Stripes. Was soll sie mir sagen, Esther? Esther? Mr. Hopp. Okay, Leute. Sie hat den Teddy genommen. Ah, Kapitel 1 verstecken. Sie hat den Teddy genommen und Mr. Hopp genannt. So, dann verstecken wir uns mal. Neues Team hinzufügen. Weil die Kinder jetzt am Schlafen sind, die nicht am Schlafen sind, kann ich so laut sein, wie ich möchte. So, mal sehen, was es jetzt hier so gibt. Ich glaube... Kann ich mich hier mal... Ja, ich kann mich immer noch hier verstecken. Ey, so geil. Wie lange gehen wir jetzt noch rüber? Ich weiß selber nicht, was für eine Aufgabe ist. Immer noch nicht. Nur verstecken. Esther, hier unten. Ach so, die Mali-Roten. Werden wir jetzt verstecken spielen? Wo ist die denn? In welche Richtung? Okay. Vielleicht sind sie sogar sich am Verstecken. Ich weiß jetzt nicht. Okay. Leute, wo ist dieser Ton von diesem Spiel hin? Ich kann nichts hören. Könnt ihr? Ich hoffe, in der Aufnahme ist der Ton noch da. Okay. Ah, da sind die. Da sind die. Warum versteckt ich mich noch? Ja. Oh, endlich. Willst du mit uns verstecken spielen? Das ist nicht schwer, dass man es des großen Kopf von überall sehen kann. Du bist so witzig, Mali. Wir gehst nicht wunderschön und klug. Du zählst mir den Aufzug. Wir verstecken uns in der Bibliothek. Okay. Wo ist denn dieser Aufzug? Hier oder da? Wo ist denn dieser Aufzug? Hä? Die sind sich immer noch am Verstecken. Ah, da ist dieser Aufzug. Okay, okay. Hab ihn gefunden. Naja. 3, 2, 1. Komma bereit oder nicht. Warte. Hier, Mr. Hopp. Okay. Okay, sie hat ihr Hasen dahin gelegt. Neues Ziel hinzufügt. Meist ihr, wo die sind? Wo sie jetzt sind? Aha. Ja, okay. Ein Hinweis. Die haben die Hasen da versteckt. Mhm. Okay, hier ist die Bibliothek. Meist ihr, wo sie sich versteckt haben? Okay, die Tür ist geschlossen. Wo können sie sich durch mal hoch gehen? Ich glaube, ich gehe jetzt hoch. Noch eine Münze. Okay, hier ist noch eine Bibliothek. Wow. Was für ein krassen Versteck. Oh mein Gott, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Nicht fair. Ja. Vielleicht würde ich... Dann gehe ich mir halt jetzt Molly suchen. Wo ist die Molly? Okay. Auf einmal kann ich jetzt wieder rennen oder was? Hä? Wieso entscheidet das Spiel, wann ich renne und wann ich gehe? Wieso? Wieso, weshalb, warum? Okay. Oh, Molly. Oh mein Gott, wo bist du, Molly? Ich kann dich nicht finden. Wie immer war ich die Beste im Verstecken. Ich glaube nicht, dass es erlaubt ist, das Versteck zu wechseln. Ja, es macht keinen Spaß, mit einer Schwimmlerin zu spielen. Eine Schwimmlerin eher. Ihr zwei habt Glück, dass ich jetzt überhaupt mit euch spiele. Können wir bitte den Kracher etwas leiser halten? Das hier ist eine Bibliothek. Ja, missbelief. Schreckliche Kinder. Es ist ja nicht so, als wäre sonst noch jemand hier. Nee, egal. Ich gehe jetzt mal zurück. Wo gehe ich denn jetzt hin? Meine Hasen wiederholen? Dann gehe ich mal zu meinen Hasen wieder hin. Was? Seit wann legt dieser Hase sich unten? Ups, ich habe dich wohl zu nah an die Tischkante gelegt. Die Jagd. So Leute, hier ist gefühlt jeder am Schlafen, nur ich bin wach. Okay, wecke die anderen nicht auf. Oh, ich habe den Geräusch gemacht. Okay, es war zu laut, ich muss wieder versuchen. Okay. Wecke die anderen nicht auf. Ich habe wieder so ein Geräusch. Okay. Ich habe den... Warum kann ich einfach ohne Geräusch nicht gehen? Okay. Ich habe fast geschafft. Nein. Nein, 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 nein. Ich war fast fertig. Ich habe es geschafft, Leute. Was war das denn gerade? Okay. Kinder, Menschen sind verloren. Vermeide, indem du dich verstecken. Ja. Dieses Mr. Believe. Oh ja, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Die dürfen mich nicht erwischen, weil es gerade Schlafenszeit ist. Deswegen werde ich mich jetzt irgendwie verstecken, wenn die kommen. Okay, ich verstecke mich. Kommt sie jetzt überhaupt? Okay. Okay, dann gehen wir halt mal weiter. Ich glaube, die Mrs. Believe kommt wieder, oder? Ja, jetzt kann ich wieder rennen, ne? Hä? Hä? Ich schicke die Spiele nicht. Was ist da unten? Habt ihr das unten da gesehen? Warum ist das Bellis Kopf? Man konnte hier den Kopf sehen. Und keine Ahnung, vielleicht ist das ein anderes Mädchen. Warte, ich gehe mal jetzt runter. So. Hier irgendwo. Oh mein Gott. 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 Geh doch mal hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Mädchen. Boah, ich wurde fast erwischt. Nein. Andere Richtung. Andere Richtung. Geh doch mal jetzt. Okay. Oh, hier ist ja die Küche. Nein, das ist Essenzimmer. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Habt ihr es gesehen? Dieser Hase? Oh, jetzt erwähne die Küche. Gibt es was zum Essen? Ich habe von Hunger. Oh, noch eine Münze. Auch eine Münze. Wie bist du den Gratzenweg hierher gekommen? Leute, ich habe mich gerade auf die Münze konzentriert, aber da lag dieser Hase. Okay. Schieb den Stuhl. Oder den Hocker, wie der auch heißt. So, Leute. Oh mein Gott, da ist das. Sie schreit mich jetzt an. Oh nein. Ja, ich schrei doch noch lauter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Wer hat mich angeschrieben? Warte, Pause. Pause, Pause, Pause. Mr. Hobbs. Diese Nummer wurde bei mir eingespeichert. Ein Eimoji. Was? Leute, diese Nummer wurde bei mir eingespeichert. Und wie geht das? Wurde ich jetzt gerade gehackt? Oder... Hä? Wie geht das einfach? Wie? Er schickt mir einfach ein Eimoji. Wie geht das?